Ich aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmütigkeit und Lindigkeit Christi, der ich gegenwärtig unter euch gering bin, in Abwesen aber bin ich türstig gegen euch. Ich bitte aber, dass mir nicht Not sei, gegenwärtig türstig zu handeln und der Kühnheit zu gebrauchen, die man mir zumisset, gegen etliche, die uns schätzen, als wandelten wir in fleischlicher Weise. Denn ob wir wohl im Fleisch wandeln, so streiten wir doch nicht fleischlicherweise. Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott, zu verstören die Befestigungen. Damit wir verstören die Anschläge und alle Höhe, die sich erhebet wieder das Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi und sind bereit zu rächen allen Ungehorsam, wenn euer Gehorsam erfüllt ist. Richtet ihr nach dem Ansehen? Verlässt sich jemand darauf, dass er Christo angehöre, der denke solches auch wiederum bei ihm, dass gleich wie er Christo angehöret, also gehören wir auch Christo an. Und so ich auch etwas weiter mich rühmte von unserer Gewalt, welche uns der Herr gegeben hat, euch zu bessern und nicht zu verderben, wollte ich nicht zu schanden werden. Das sage ich aber, dass ihr nicht euch dünken lasset, als hätte ich euch wollen schrecken mit Briefen. Denn die Briefe, sprechen sie, sind schwer und stark, aber die Gegenwärtigkeit des Leibes ist schwach und die Rede verächtlich. Wer ein solcher ist, der denke, dass wie wir sind mit Worten in den Briefen im Abwesen, so dürfen wir auch wohl sein mit der Tat gegenwärtig. Denn wir dürfen uns nicht unter die rechnen oder zählen, so sich selbst loben. Aber die Weise, sich bei sich selbst messen und halten allein von sich selbst, verstehen sie nichts. Wir aber rühmen uns nicht über das Ziel, sondern nur nach dem Ziel der Regel, damit uns Gott abgemessen hat das Ziel, zu gelangen auch bis an euch. Denn wir fahren nicht so weit, als hätten wir nicht gelanget bis an euch, denn wir sind ja auch bis zu euch gekommen mit dem Evangelio Christi. Und rühmen uns nicht über das Ziel in fremder Arbeit und haben Hoffnung, wenn nun euer Glaube in euch gewachsen, dass wir, unserer Regel nach, wollen weiterkommen. Und das Evangelium auch predigen denen, die jenseits euch wohnen und uns nicht rühmen in dem, das mit fremder Regel bereitet ist. Wer sich aber rühmet, der rühme sich des Herrn. Denn darum ist einer nicht tüchtig, dass er sich selbst lobet, sondern dass ihn der Herr lobet. Wollte Gott, ihr hieltet mir ein wenig Torheit zu gut, doch ihr haltet mir es wohl zu gut. Denn ich eifere über euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch vertraut einem Manne, dass ich eine reine Jungfrau Christo zubrichte. Ich fürchte aber, dass nicht wie die Schlange Efam verführte mit ihrer Scheikheit, also auch eure Sinne verrückt werden von der Einfältigkeit in Christo. Denn so, der da zu euch kommt, einen anderen Jesum predigte, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfinget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so vertrüget ihr es billig. Denn ich achte, ich sei nicht weniger, denn die Hohen Apostel sind. Und ob ich albern bin mit Reden, so bin ich doch nicht albern in dem Erkenntnis. Doch ich bin bei euch allenthalben wohl bekannt. Oder habe ich gesündiget, dass ich mich erniedriget habe, auf das ihr erhöht würdet? Denn ich habe euch das Evangelium umsonst verkündiget, und habe andere Gemeinden beraubet und sollt von ihnen genommen, dass ich euch predigte. Und da ich bei euch war gegenwärtig und Mangel hatte, war ich niemand beschwerlich. Denn meinen Mangel erstatteten die Brüder, die aus Mazedonien kamen, und habe mich in allen Stücken euch unbeschwerlich gehalten und will auch noch mich eiso halten. So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, so soll mir dieser Ruhm in den Ländern Achaias nicht gestopfelt werden. Warum das? Dass ich euch nicht sollte liebhaben? Gott weiß es. Was ich aber tue und tun will, das tue ich darum, dass ich die Ursache abhaue denen, die Ursache suchen, dass sie rühmen möchten, sie seien wie wir. Denn solche falsche Apostel und trügerische Arbeiter verstellen sie es zu Christi Aposteln. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichts. Darum ist es nicht ein großes, ob sich auch seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit, welcher Ende sein wird nach ihren Werken. Ich sage aber mal, dass nicht jemand wehne, ich sei töricht. Wo aber nicht, so nehmt mich an als einen Törichten, dass ich mich auch ein wenig rühme. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht als im Herrn, sondern als in der Torheit, die weil wir in das Rühmen gekommen sind. Sintemal viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich mich auch rühmen. Denn ihr vertraget gerne die Narren, die weil ihr klug seid. Ihr vertraget, so euch jemand zu Knechten macht, so euch jemand schindet, so euch jemand nimmt, so euch jemand trotzt, so euch jemand in das Angesicht streichet. Das sage ich nach der Unehre, als wären wir schwach geworden. Worauf nun jemand kühn ist, ich rede in Torheit, darauf bin ich auch kühn. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliter, ich auch. Sie sind Abrahams Same, ich auch. Sie sind Diener Christi, ich rede törlich, ich bin wohl mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin öfters gefangen, oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich fünfmal empfangen, vierzig Streiche, weniger eins. Ich bin dreimal gestäupelt, einmal gesteinigt, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meeres. Ich habe oft gereiselt, ich bin in Gefahr gewesen zu Wasser, in Gefahr unter den Mördern, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße, ohne was sich sonst zuträgt, nämlich, dass ich täglich werde angelaufen und trage Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird geärgert und ich brenne nicht? So ich mich je rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, welcher sei gelobet in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Zu Damaskus, der Landpfleger des Königs Aretha verwahrte die Stadt der Damasker und wollte mich greifen. Und ich ward in einem Korbe zum Fenster aus durch die Mauer niedergelassen und entran aus seinen Händen. Nur ein Toa lehnt zur Rechtweisung ab. Lass vom Unglauben ab, durch den so viel Zerstörung, Krankheit und Verwahrlosung angerichtet wird. Entwickel den Glauben zum Guten und Richtigen und sei kein Zerstörer. Denn das Fundament eines dunklen Ortes ist Genusssucht, Trägheit, Feigheit und Ignoranz. Denn in Jesaja, Kapitel 5, Vers 20 bis 21 ist folgendes nachzulesen. Schlimm wird es denen agieren, die das Böse Gut und das Gute Böse nennen. Schlimm wird es denen agieren, die sich in ihren Augen für weise und selbst für klug halten. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de das Fibelheft ist